Wir möchten Ihnen nun vorstellen, aus welchen Fächerkombinationen sich die naturwissenschaftliche Abteilung in der zweiten und dritten Stufe zusammensetzt. Im dritten und vierten Jahr haben die Schüler je zwei Wochenstunden Biologie, zwei Stunden Chemie und drei Stunden Physik. Die Laborarbeiten sind in die Fachunterrichte integriert. Die Schüler können zudem bis zu sechs Stunden Mathematik pro Woche wählen. Im fünften und sechsten Jahr haben alle Naturwissenschaftsschüler je drei Wochenstunden Biologie und Chemie und wahlweise noch zusätzlich zwei Stunden Chemielabor. In Physik können Sie jener anvisierter Studienrichtung zwischen dem Grundkurs mit einer Stunde pro Woche und dem Leistungskurs mit drei Stunden pro Woche wählen und dies in Kombination mit fünf oder sieben Stunden Mathematik pro Woche. Alle weiteren Wahlkombinationsmöglichkeiten mit Englisch, Informatik, Latein und Sport finden Sie auf unserer Webseite. Abschließend möchten wir mit ein paar Eindrücken aus den Fachunterrichten.